Der Dienst heiliger Engel, wie ihn das Wort Gottes beschreibt, ist für jeden Nachfolger Christi eine besonders tröstliche und wertvolle Wirklichkeit. Doch die biblische Lehre zu diesem Thema wird durch die Irrtümer der volkstümlichen Theologie verdunkelt und verfälscht. Die Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit, zunächst von der heidnischen Philosophie übernommen und in der finsteren Zeit des großen Abfalls in die christliche Religion eingeführt, hat die große biblische Wahrheit, die Toten wissen nichts, verdrängt. Viele Menschen glauben heute, dass dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen, Geister der Toten sind. Ungeachtet dessen, bezeugt die Heilige Schrift die Existenz himmlischer Engel und deren Verbindung zum Menschen, noch ehe der erste Mensch gestorben war. Gibt es Besuche von Verstorbenen? Die Lehre vom Bewusstsein im Tod, insbesondere der Glaube, dass Geister der Toten zurückkehren, um Lebenden zu dienen, hat dem modernen Spiritismus den Weg bereitet. Wenn die Toten Zugang zu Gott und den heiligen Engeln hätten und das Privileg einer viel größeren Kenntnis als zu ihren Lebzeiten besäßen, warum sollten sie nicht zur Erde zurückkehren und die Lebenden erleuchten und unterweisen? Wenn die Geister der Toten, wie von volkstümlichen Theologen gelehrt, um ihre Freunde auf Erden schweben, warum sollte ihnen nicht erlaubt werden, sich mit ihnen direkt zu unterhalten, um sie vor Bösem zu warnen oder im Kummer zu trösten? Wie können jene, die an ein Bewusstsein im Tod glauben, ablehnen, was verherrlichte Geister ihnen als göttliches Licht vermitteln? Hier werden Kanäle als heilig angesehen, die Satan verwendet, um seine Zwecke zu erreichen. Gefallene Engel, die seine Befehle ausführen, erscheinen als Boten aus der Geisterwelt. Während sie vorgeben, Lebende und Tote miteinander in Kontakt zu bringen, übt der Fürst des Bösen seinen beschwörenden Einfluss auf sie aus. Satan hat die Macht, verstorbene Freunde vor den Menschen erscheinen zu lassen. Die Fälschung ist perfekt. Das bekannte Aussehen, die Worte und die Stimme werden mit bewundernswerter Klarheit wiedergegeben. Viele werden durch die Zusicherung getröstet, dass ihre Lieben die Freuden des Himmels genießen, und ohne sich einer Gefahr bewusst zu sein, schenken sie verführerischen Geistern und teuflischen Lehren Gehör. Sobald Satan ihnen vermittelt hat, dass die Toten tatsächlich zurückkommen, um mit ihnen Verbindung aufzunehmen, lässt er die erscheinen, die unvorbereitet gestorben sind. Diese geben vor, glücklich im Himmel zu leben und dort sogar gehobene Stellungen einzunehmen. So wird der Irrglaube verbreitet, dass zwischen Gerechten und Gottlosen kein Unterschied besteht. Die vorgeblichen Besucher aus der Geisterwelt mahnen oft zu Vorsicht oder sprechen Warnungen aus, die sich als sachlich richtig herausstellen. Wenn dann eine Vertrauensbasis geschaffen worden ist, präsentieren sie Lehren, die den Glauben an die Heilige Schrift untergraben. Unter Vorspiegelung größter Anteilnahme an der Wohlfahrt ihrer Freunde auf Erden flößen sie die gefährlichsten Irrtümer ein. Weil sie manchmal einige Tatsachen aussprechen und zuweilen zukünftiges Vorhersagen, erhalten ihre Aussagen den Anschein von Zuverlässigkeit. Die Massen nehmen ihre Lehren bereitwillig an und glauben ihnen bedingungslos, als gehörten sie zu den heiligsten Wahrheiten der Bibel. Das Gesetz Gottes wird beiseite geschoben, der Geist der Gnade verachtet und das Blut des Bundes als eine barbarische Sache hingestellt. Die Geister lehnen die Gottheit von Christus ab und stellen den Schöpfer auf ihre eigene Stufe. So führt der große Aufrührer gegen Gott unter einer neuen Maske seinen Kampf fort, der im Himmel begann und den er auf Erden 6000 Jahre lang weiterführte. Viele stellen spiritistische Bekundungen als Betrug oder als Kunstgriffe von Menschen hin, die sich als Medium gebrauchen lassen. Wenn es auch zutrifft, dass Betrügereien oft als bare Münze ausgegeben werden, so gab es auch erstaunliche Beweise übernatürlicher Kräfte. Das geheimnisvolle Klopfen, durch das der moderne Spiritismus begann, war nicht das Ergebnis menschlicher Tricks oder einer List, sondern das unmittelbare Werk böser Engel, die so eine der erfolgreichsten zerstörerischen Täuschungen einführten. Viele lassen sich von der Vorstellung umgarnen, Spiritismus sei lediglich menschlicher Schwindel. Wenn sie aber Erscheinungen hautnah miterleben, die sich nur auf übernatürliche Weise erklären lassen, werden sie verführt und sehen in ihnen die große Macht Gottes. Solche Leute übersehen das Zeugnis der Heiligen Schrift über die Wunder Satans und seiner Engel. Durch die Hilfe Satans waren die Zauberer Pharaos in der Lage, Gottes Taten nachzuahmen. Nach Aussagen von Paulus wird es vor der Wiederkunft Christi ähnliche Manifestationen satanischer Macht geben. Vor dem Kommen des Herrn wird das Böse in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Der Apostel Johannes beschreibt die Macht, die in den letzten Tagen Wundertaten bewirkt, mit folgenden Worten. Es tat große und aufsehenerregende Dinge und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Mit Hilfe solcher außergewöhnlicher Taten, zu denen es vom ersten Tier ermächtigt war und die es in seiner Gegenwart vollbrachte, gelang es ihm, die Bewohner der Erde irre zu führen. Hier werden nicht nur Betrügereien vorhergesagt. Die Menschen werden durch Wunder verführt, die Satan und seine Helfer tatsächlich vollbringen und nicht nur vortäuschen. Der Zauber der Selbstherrlichkeit Der Fürst der Finsternis, der die Kräfte seines überlegenen Geistes schon so lange zur Verführung von Menschen eingesetzt hat, passt sich mit seinen Verführungskünsten geschickt Leuten sämtlicher sozialer Schichten an. Den Gebildeten bringt er den Spiritismus in verfeinerter intellektueller Form nahe und lockt auf diese Weise viele erfolgreich in seine Falle. Die Weisheit, die der Spiritismus verleiht, ist, wie der Apostel Jakobus sagt, nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eigennützige, teuflische Weisheit. Dies verbirgt der große Betrüger jedoch, wenn Verheimlichung seinem Zweck am besten dient. Er, der in der Wüste der Versuchung im Licht eines himmlischen Seraphs vor Christus erscheinen konnte, wird auch vor den Menschen in sehr ansprechender Weise als Engel des Lichts auftreten. Er wendet sich mit anspruchsvollen Themen an den Verstand, regt die Fantasie mit hinreißenden Darstellungen an und erwirbt sich Zuneigung durch Schilderungen von Liebe und Güte. Er beeinflusst die Einbildungskraft zu erhabenen Gedankenflügen und macht Menschen stolz auf ihre eigene Weisheit, sodass sie in ihren Herzen den Ewigen verachten. Dieses mächtige Wesen, das den Erlöser der Welt auf einen extrem hohen Berg führen und ihm alle Königreiche der Erde und deren Herrlichkeit zeigen konnte, wird seine Versuchungen den Menschen in solch einer Weise präsentieren, dass die Sinne aller verwirrt werden, die nicht unter dem Schutz der göttlichen Macht stehen. Satan verführt Menschen heute in gleicher Weise, wie er einst Eva in Eden durch Schmeichelei täuschte, indem er das Verlangen nach verbotenen Erkenntnissen weckte und das Streben nach Selbstverwirklichung förderte. Weil er sich selbst diesen Begierden hingab, kam er zu Fall, und jetzt versucht er, die Menschen ebenso zu ruinieren. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, hatte er versprochen. Der Spiritismus lehrt, der Mensch ist ein Geschöpf des Fortschritts. Es ist seine Bestimmung, sich von seiner Geburt an bis in die Ewigkeit zur Gottheit hin zu entwickeln. Ferner, jeder Geist wird sich selbst richten und nicht ein anderer. Das Gericht wird ein gerechtes Sein, denn es ist ein Selbstgericht. Der Thron ist in dir selbst. Ein spiritistischer Lehrer sagte, als das geistige Bewusstsein in ihm erwachte, alle meine Mitmenschen waren ungefallene Halbgötter. Ein anderer behauptet, jedes gerechte und vollkommene Wesen ist Christus. An die Stelle der Gerechtigkeit und Vollkommenheit eines ewigen Gottes, des wahren Gegenstandes der Anbetung und an die Stelle der vollkommenen Gerechtigkeit seines Gesetzes, des wahrhaften Maßstabs menschlicher Taten, hat Satan die sündhafte und irrende Natur des Menschen als einziges Objekt der Verehrung, als einziges Richtmaß für Gerechtigkeit und als Norm für den Charakter gesetzt. Dies ist Fortschritt, allerdings nicht aufwärts, sondern abwärts. Es ist eine geistige und geistliche Gesetzmäßigkeit, dass wir uns durch Betrachten einer Sache verändern. Das Denken passt sich allmählich den Dingen an, mit denen es sich befasst. Es nimmt das in sich auf, was zu lieben und zu verehren ihm zur Gewohnheit geworden ist. Der Mensch wird nie über das hinauswachsen, was er sich als Maßstab für Reinheit, Güte oder Wahrheit gesetzt hat. Wenn sein Ich zum höchsten Ideal wird, erreicht er nie erhabenere Werte. Er wird vielmehr immer tiefer sinken. Nur die Macht der Gnade Gottes kann den Menschen veredeln. Bleibt er sich selbst überlassen, führt ihn sein Weg unabwendbar nach unten. Dem zügellosen, vergnügungssüchtigen und sinnlichen Menschen zeigt sich der Spiritismus unter einer weniger raffinierten Maske als dem Gebildeten und Intellektuellen. In seinen gröberen Formen finden diese Menschen eine Übereinstimmung mit ihren Neigungen. Satan studiert jede Schwachheit der menschlichen Natur. Er merkt sich die Sünden, die jeder zu begehen geneigt ist und sorgt dann dafür, dass es nicht an Gelegenheiten mangelt, das Verlangen zum Bösen zu stillen. Er verführt die Menschen zu Ausschweifungen in Dingen, die an sich rechtmäßig sind und veranlasst sie durch Unmäßigkeit, ihre körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte zu schwächen. Durch das freie Ausleben von Leidenschaften hat er Tausende verdorben und er tut es immer noch, um dadurch die Natur des Menschen zu verruhen. Um sein Werk zu vervollständigen, lässt Satan seine Geister verkünden, dass wahre Erkenntnis den Menschen über das Gesetz erhaben macht, dass alles, was ist, auch richtig ist, dass Gott nicht verdammt und dass alle Sünden, die begangen wurden, harmlos sind. Auf diese Weise werden Menschen zur Überzeugung geführt, die Lust sei das höchste Gesetz, Freiheit sei ein Freibrief und der Mensch sei nur sich selbst verantwortlich. Wen wundert es da, wenn sich Unredlichkeit und Verdorbenheit überall ausbreiten? Unzählige nehmen solche Lehren an, die ihnen die Freiheit gewähren, den Einflüsterungen des fleischlichen Herzens zu gehorchen. Die Zügel der Selbstbeherrschung werden der Lust überlassen, die Kräfte des Geistes und des Charakters werden tierischen Neigungen unterworfen. So treibt Satan frohlockend Tausende in sein Netz, die sich als Nachfolger Christi bezeichnen. Durch die Schrift entzaubert Niemand braucht jedoch von den lügenhaften Behauptungen des Spiritismus getäuscht zu werden. Gott hat der Welt genügend Licht gegeben, um sie in die Lage zu versetzen, die Fallstricke zu erkennen. Wie schon gezeigt, steht das eigentliche Fundament spiritistischer Lehren in schroffem Widerspruch zu den Aussagen der Heiligen Schrift. Die biblische Lehre erklärt, die Toten wissen nichts, ihre Gedanken sind dahin, sie nehmen nichts wahr, was unter der Sonne geschieht, sie wissen nichts über die Freuden und Schmerzen derer, die ihnen auf Erden lieb und teuer waren. Vergleiche Prediger 9, die Verse 5 und 6. Ferner hat Gott ausdrücklich jeden Kontakt mit angeblichen Geistern von Toten untersagt. Zu der Zeit des Volkes Israel gab es eine Gruppe von Leuten, die, wie die modernen Spiritisten behaupteten, mit Toten in Kontakt zu stehen. Aber die Wahrsagegeister, wie diese Besucher aus anderen Welten genannt wurden, bezeichnet die Bibel als Geister der Teufel. Mit Wahrsagegeistern zu verkehren, ist in den Augen des Herrn ein Gräuel und war unter Androhung von Todesstrafe strengstens verboten. Heute wird schon der Name Zauberei belächelt. Die Behauptung, dass Menschen mit bösen Geistern Verbindung aufnehmen können, wird als eine Fabel des Mittelalters angesehen. Der Spiritismus aber, der hunderttausende, ja Millionen von Anhängern zählt, hat sich seinen Weg in wissenschaftliche Kreise gebahnt, ist in Kirchen eingedrungen und wurde in gesetzgebenden Körperschaften, ja sogar an königlichen Höfen, günstig aufgenommen. Diese gigantische Täuschung ist nichts anderes als eine Wiederbelebung der vor Alters verdammten und verbotenen Zauberei, aber in neuem Gewand. Selbst wenn es keine Beweise über den wirklichen Charakter des Spiritismus gäbe, sollte es dem Christen genügen, zu wissen, dass die Geister keinen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Sünde, den reinsten und edelsten Aposteln Christi und den verkommensten Sklaven Satans machen. Indem Satan den niederträchtigsten Menschen so darstellt, als ob er in den Himmel versetzt worden wäre und dort in gehobener Stellung leben dürfe, erklärt er den Menschen, gleichgültig wie gottlos ihr seid, unwichtig ob ihr an Gott oder an die Bibel glaubt oder nicht, lebt wie ihr wollt, der Himmel wird eure Heimat sein. Die spiritistischen Lehrer behaupten in der Tat, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn und an solchen hat er Freude oder wo ist der Gott, der da straft? Gottes Wort aber sagt, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Diese Lügengeister geben sich als Apostel aus und widersprechen dem, was diese zu ihren Lebzeiten unter Eingebung des Heiligen Geistes niedergeschrieben haben. Diese Geister leugnen den göttlichen Ursprung der Bibel, entziehen dadurch der Hoffnung der Christen die Grundlage und löschen das Licht aus, das den Weg zum Himmel offenbart. Satan stellt der Welt die Bibel als eine reine Erfindung dar, die wohl für die Menschen der Frühzeit passend gewesen, jetzt aber veraltet sei und beiseite gelegt werden könne. Spiritistische Manifestationen hätten nun die Stelle des Wortes Gottes eingenommen. Hiermit besitzt Satan ein Kommunikationsmittel, das völlig unter seiner Kontrolle steht und durch das er die Welt glauben machen kann, was er will. Das Buch, das ihn und seine Nachfolger einmal richten wird, rückt er in den Hintergrund. Dort will er es haben. Den Retter der Welt macht er zu einem gewöhnlichen Menschen. Wie die römischen Soldaten, die Jesu Grab bewachten und dann Lügenberichte verbreiteten, die ihnen Priester und Älteste in den Mund gelegt hatten, um die Auferstehung zu leugnen, so versuchen Anhänger spiritistischer Manifestationen, den Anschein zu erwecken, dass es nichts Übernatürliches im Leben unseres Erlösers gegeben hätte. Erst versuchen sie, Jesus in den Hintergrund zu verdrängen, dann lenken sie die Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Wunder und erklären, dass diese die Werke Christi bei weitem übertreffen. Raffinierte Täuschungen Es ist wahr, dass der Spiritismus jetzt seine Form ändert und sich unter Verhüllung seiner eher verwerflichen Züge ein christliches Mäntelchen umgehängt hat. Doch seine Äußerungen sind dem Volk aus öffentlichen Reden und durch Publikationen in den Medien seit Jahren bekannt und darin offenbart sich sein wirklicher Charakter. Diese Lehren können weder geleugnet noch verborgen werden. In seiner gegenwärtigen Form ist der Spiritismus noch gefährlicher, weil er raffinierter zu täuschen versucht und wie früher gebührt ihm kein Recht auf Toleranz. Während er früher Christus und die Bibel verwarf, gibt er nun vor, beide anzunehmen. Doch die Bibel wird in einer Weise ausgelegt, wie es dem unbekehrten Herzen gefällt, während ihre ernsten und wichtigen Wahrheiten unwirksam gemacht werden. Man erörtert den Begriff Liebe als eine Haupteigenschaft Gottes, degradiert sie aber zu einem schwachen Sentimentalismus, wobei man wenig Unterschied zwischen Gut und Böse macht. Gottes Gerechtigkeit, seine Verurteilung der Sünde, die Forderungen seines heiligen Gesetzes, all dies wird nicht beachtet. Dem Volk wird gesagt, dass es die zehn Gebote als tote Buchstaben ansehen soll. Angenehme und zauberhafte Fabeln nehmen die Sinne gefangen und veranlassen die Menschen, die Heilige Schrift als Grundlage ihres Glaubens zu verwerfen. Christus wird verleugnet wie eh und je, doch Satan hat die Augen der Menschen so verblendet, dass die Täuschung nicht wahrgenommen wird. Nur wenige haben eine richtige Vorstellung von der täuschenden Macht des Spiritismus und der Gefahr, seinem Einfluss zu erliegen. Viele beschäftigen sich damit nur um ihre Neugierde zu befriedigen und sie glauben nicht wirklich daran. Der Gedanke, dadurch von Geistern kontrolliert zu werden, würde sie zutiefst erschrecken. Doch sie wagen sich auf verbotenes Gebiet und damit übt der gewaltige Verderber Macht über sie aus, ohne dass sie es wollen. Wenn sie einmal dazu verleitet worden sind, ihren Geist seiner Leitung zu übergeben, wird er sie gefangen halten. Es wird ihnen nicht mehr möglich sein, sich aus eigener Kraft von diesem bezaubernden und verlockenden Bann zu lösen. Allein die Kraft Gottes, die er als Antwort auf ein ernstes und vertrauensvolles Gebet gewährt, kann diese gefangenen Menschen wieder freimachen. Wer sündhaften Neigungen des Charakters nachgibt oder bewusst in einer erkannten Sünde lebt, fordert dadurch die Versuchungen Satans heraus. Er trennt sich selbst von Gott und der Fürsorge der heiligen Engel. Wenn der Böse seine Verführungen vorbringt, ist er ohne Schutz und diesem eine leichte Beute. Wer sich in den Machtbereich Satans begibt, ahnt selten, wie dies enden wird. Nachdem ihn der Verführer zu Fall gebracht hat, benutzt er ihn, um andere ins Verderben zu stürzen. Der Prophet Jesaja sagt, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung, werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Wären die Menschen bereit gewesen, die Wahrheiten über ihre Natur und den Zustand der Toten anzunehmen, wie sie in der Heiligen Schrift eindeutig dargelegt werden, hätten sie die Ansprüche des Spiritismus mit seinen betrügerischen Wundern als Werk Satans erkannt. Aber anstatt die dem fleischlichen Herzen so angenehme Ungebundenheit aufzugeben und sich von den Sünden, die ihnen lieb geworden sind, abzukehren, verschließen unzählige Menschen ihre Augen vor dem Licht. Sie marschieren, ungeachtet aller Warnungen, einfach weiter, während Satan seine Schlingen um sie legt. So werden sie zu seiner Beute. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht in sich aufgenommen haben und sich nicht retten ließen, schickt ihnen Gott eine Kraft, die in die Irre führt, dass sie der Lüge glauben. Wer sich den Lehren des Spiritismus widersetzt, greift nicht nur Menschen, sondern auch Satan und seine Engel an. Er hat sich auf einen Kampf gegen Fürsten und Gewaltige sowie gegen die Bösen Geister unter dem Himmel eingelassen. Satan rückt um keine Haaresbreite von seinem Einflussbereich ab, außer er wird durch die Macht himmlischer Boten vertrieben. Gottes Volk sollte in der Lage sein, ihm mit den gleichen Worten entgegen zu treten, wie es Christus tat. Es steht geschrieben. Satan kann heute die Schrift zitieren, wie er dies in den Tagen Christi tat, und Lehren so verdrehen, dass sie seine Täuschungen unterstützen. Wer in diesen Zeiten der Gefahr bestehen will, muss selbst die Schrift verstehen. Höhepunkt des Betrugs in der Endzeit Viele werden mit Geistern der Teufel konfrontiert, die ihnen in der Gestalt lieber Verwandter oder Freunde erscheinen und äußerst gefährliche Irrlehren verkünden. Solche Besucher sprechen eine ganz persönliche Ebene an und vollbringen Wunder, um ihren Behauptungen Nachdruck zu verleihen. Wir müssen vorbereitet sein, ihnen mit der biblischen Wahrheit gegenüber zu treten, dass die Toten nichts wissen und solche Erscheinungen Geister der Teufel sind. Die Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen, steht unmittelbar bevor. Alle, deren Glaube nicht fest auf das Wort Gottes gegründet ist, werden betrogen und überwunden. Satan arbeitet mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, um die Menschen unter seine Herrschaft zu bringen und seine Täuschungsversuche nehmen beständig zu. Er kann sein Ziel jedoch nur dann erreichen, wenn die Menschen freiwillig auf seine Versuchungen eingehen. Wer ernsthaft nach Erkenntnis der Wahrheit sucht, durch Gehorsam nach Reinheit des Charakters strebt und sich mit allen Kräften auf den Kampf vorbereitet, wird bei dem Gott der Wahrheit einen sicheren Schutz finden. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren, lautet die Verheißung Jesu. Eher würde er alle Engel des Himmels aussenden, um sein Volk zu beschützen, als einen Menschen, der ihm vertraut, Satan als Beute zu überlassen. Der Prophet Jesaja weist auf die schreckliche Irreführung der Gottlosen hin, die sie veranlasst, sich vor den Gerichten Gottes sicher zu fühlen. Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht. In der hier beschriebenen Gruppe befinden sich Menschen, die sich trotz hartnäckiger Unbußfertigkeit in der falschen Sicherheit wiegen, dass es für den Sünder keine Strafe gibt, dass die ganze Menschheit, wie lasterhaft sie auch sein mag, in den Himmel aufgenommen und zu Engeln Gottes werden wird. Noch weit beeindruckender sind jene, die einen Bund mit dem Tod Sie weisen die Wahrheiten von sich, die der Himmel als Schutz für die Gerechten in den Tagen der Trübsal vorgesehen hat und suchen stattdessen bei den Lügen Satans Zuflucht, den betrügerischen Ansprüchen des Spiritismus. Unbeschreiblich ist die Blindheit der Menschen dieser Generation. Tausende verwerfen das Wort Gottes als unglaubwürdig, übernehmen aber eifrig die Betrügereien Satans. Zweifler und Skeptiker bezeichnen Menschen als scheinheilig, die für einen Glauben kämpfen, wie ihn einst die Propheten und Apostel kannten und machen sich über die ernsten Aussagen der Schrift von Jesus und seinem Erlösungsplan sowie über die Strafe gegen die Verächter der Wahrheit lustig. Sie täuschen großes Mitleid mit Menschen vor, die so eng, schwach und abergläubisch sind, dass sie den Anforderungen Gottes und seines Gesetzes Folge leisten. Sie legen eine solch große Gewissheit an den Tag, als ob sie tatsächlich einen Bund mit dem Tod geschlossen oder eine Übereinkunft mit der Hölle getroffen hätten und eine unpassierbare undurchdringliche Schranke zwischen sich und der Rache Gottes aufgerichtet hätten. Sie fürchten sich vor nichts. Sie haben sich so sehr dem Versucher übergeben, sich so eng mit ihm verbunden, sind so dass sie weder die Kraft noch den Wunsch haben, seinen Schlingen zu entkommen. Satan hat sich lange auf seine letzte Täuschung der Welt vorbereitet. Den Grundstein zu diesem Werk legte er durch seine Zusicherung an Eva im Paradies ihr werdet keineswegs des Todes sterben. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ganz allmählich hat er den Weg für das Meisterwerk seines Betrugs vorbereitet, die Entwicklung des Spiritismus. Er ist zwar mit seinen Bemühungen noch nicht am Ziel, wird es jedoch in der letzten Zeit erreichen. Der Prophet sagt, und ich sah drei unreine Geister gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Außer denen, die von der Macht Gottes durch den Glauben an sein Wort bewahrt werden, wird die ganze Welt dieser Täuschung in die Arme getrieben. Die Menschen wiegen sich schnell in einer falschen Sicherheit, aus der sie erst wieder erwachen, wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird. Gott, der Herr, sagt, das Recht mache ich zur Richtschnur und Gerechtigkeit zur Waage. Und Hagel wird die Zuflucht der Lüge wegfegen und Wasser das Versteck fortschwemmen. Euer Pakt mit dem Tod und der Totenwelt ist dann null und nichtig. Wenn die Katastrophe wie eine reißende Flut über euch kommt, gibt es für euch keine Rettung mehr. Die letzte Warnung Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Dieser Schriftabschnitt aus Offenbarung 18 weist voraus auf eine Zeit, in welcher die Ankündigung von Babylons Fall, wie schon durch den zweiten Engel von Offenbarung 14 8 vorgestellt, wiederholt wird. Zusätzlich erwähnt er die Verderbnisse, die in die verschiedenen Gemeinschaften eingedrungen sind, aus denen Babylon besteht, seitdem die Botschaft im Sommer 1844 zum ersten Mal verkündigt wurde. Hier wird ein schrecklicher Zustand in der religiösen Welt beschrieben. Mit jeder Ablehnung einer Wahrheit verfinstert sich das Gewissen der Menschen mehr und mehr. Ihre Herzen werden noch widerspenstiger, bis sie keck in ihrem Unglauben verharren. Trotz der Warnung, die Gott an sie gerichtet hat, treten sie weiterhin eines der zehn Gebote mit Füßen, bis sie diejenigen verfolgen, die es heilig halten. Christus selbst wird durch die Geringschätzung, die seinem Wort und seinem Volk entgegengebracht wird, verachtet. Sobald die Lehren des Spiritismus von den Kirchen angenommen werden, fallen die Schranken, die dem natürlichen Herzen auferlegt sind. Dann wird das Glaubensbekenntnis zu einem Deckmantel für die entwürdigendsten Sünden. Der Glaube an spiritistische Erscheinungen öffnet verführerischen Geistern und Lehren der Teufel die Tür, wodurch der Einfluss böser Engel in den Kirchen spürbar wird. Von Babylon wird uns über die Zeit, die die Prophetie beschreibt, gesagt, ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott denkt an ihren Friefel. Das Maß der Sünde dieser Stadt ist voll und das Verderben wird schnell über sie kommen. Aber Gott hat noch ein Volk in Babylon und ehe seine Strafgerichte hereinbrechen, müssen die Treuen herausgerufen werden, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Deshalb wird auch die Bewegung durch einen Engel symbolisiert, der vom Himmel herabkommt, die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet und mit lauter Stimme die Sünden Babylons bekannt macht. In Verbindung mit dieser Botschaft erklingt dann der Ruf Geht hinaus aus ihr mein Volk. Diese Ankündigungen sind zusammen mit der Botschaft des dritten Engels die letzte Warnung an die Bewohner der Erde. Der Sabbat und die letzten Treueprüfungen Die Welt geht einer schrecklichen Auseinandersetzung entgegen. Die Weltmächte vereinigen sich in ihrem Kampf gegen Gottes Gebote und verfügen, dass die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven durch die Feier des falschen Sabbats die Gebräuche der Kirche annehmen. Wer dieser Forderung nicht nachkommt, hat mit strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen und riskiert zuletzt die Todesstrafe. Andererseits verlangt das Gesetz Gottes die Einhaltung des Gedenktages der Schöpfung und bedroht die Übertreter mit dem Zorn Gottes. Wem immer diese Auseinandersetzung klar vor Augen geführt worden ist und wer dennoch das Gesetz Gottes mit Füßen tritt, um einer menschlichen Verordnung zu gehorchen, empfängt das Mahlzeichen des Tieres. Er nimmt das Gefolgschaftszeichen dieser Macht an und hat sich entschieden, ihr anstatt Gott zu gehorchen. Die Warnung vom Himmel lautet, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Aber kein einziger Mensch wird Gottes Zorn erleiden müssen, bevor nicht die Wahrheit seinem Verstand und seinem Gewissen nahe gebracht wurde und er diese abgelehnt hat. Viele hatten nie Gelegenheit, die besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu hören, ihnen wurde die Verbindlichkeit des vierten Gebots nie im wahren Licht gezeigt. Der Herr jedoch, der in allen Herzen liest und jeden Beweggrund kennt, wird keinen Wahrheitssuchenden über den Ausgang der Auseinandersetzung im Unklaren lassen. Der Erlass wird dem Volk nicht blindlings aufgenötigt, jeder wird genügend Licht erhalten, um eine weise Entscheidung treffen zu können. Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein, denn dieser Wahrheitspunkt ist besonders umstritten. Wenn die letzte Prüfung über die Menschheit kommt, wird eine klare Trennungslinie gezogen werden können, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die dies nicht tun. Die Beachtung des falschen Sabbats in Übereinstimmung mit den Landesgesetzen, die dem vierten Gebot widerspricht, ist ein offenes Bekenntnis zu der Macht, die gegen Gott aufbegehrt, während das Halten des wahren Sabbats ein Zeichen der Treue zum Schöpfer ist. Die einen unterwerfen sich irdischen Mächten und nehmen das Malzeichen des Tieres an, die anderen wählen das Zeichen der Treue zur göttlichen Autorität und empfangen das Siegel Gottes. Die Verkündiger der dritten Engelsbotschaft wurden früher oft der Schwarzmalerei bezichtigt, ihre Vorhersagen, dass religiöse Unduldsamkeit in den Vereinigten Staaten zunehmen würde und diejenigen verfolgt würden, die Gottes Gebote halten, wurden als grundlos und unsinnig bezeichnet. Man glaubte zuversichtlich, dieses Land könne nicht anders werden, als es seit Beginn war, nämlich ein Verteidiger der Religionsfreiheit. Überall wird aber heftig über die Durchsetzung einer Sonntagsgesetzgebung diskutiert und das Ereignis, das eigentlich nie ernst genommen wurde, sieht man nun herannahen. Die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung zeigen, wie dies zuvor noch nicht möglich gewesen ist. Zu jeder Zeit hat Gott seine Diener ausgesandt, um Sünde in der Welt wie auch in der Kirche zu tadeln. Das Volk hört gerne sanfte Reden und die reine ungeschminkte Wahrheit ist unbeliebt. Viele Reformatoren entschieden sich zu Beginn ihres Dienstes große Vorsicht walten zu lassen, wenn sie gegen die Sünden in ihrer Kirche und in ihrem Land vorgingen. Mit dem Vorbild eines reinen christlichen Lebens hofften sie, Menschen zu den Lehren der Schrift zurückzuführen. Aber der Geist Gottes kam über sie, wie er einst über Elia gekommen war und ihn dazu bewegt hatte, die Sünden eines bösen Königs und eines abgefallenen Volkes zu rügen. Sie konnten nicht anders als die deutlichen Aussagen der Bibel zu predigen, und zwar auch jene Lehren, die sie bisher nur zögerlich dargelegt hatten. Sie wurden dazu gedrängt, die Wahrheit und die Gefahr, die den Menschen drohte, mit Eifer zu verkünden. Ohne Furcht vor den Folgen machten sie die Worte, die ihnen der Herr mitgeteilt hatte, bekannt, so dass das Volk gezwungen war, die Warnung zu hören. So wird auch die dritte Engelsbotschaft gepredigt werden. Wenn die Zeit da ist und ihr Inhalt mit größter Kraft verkündigt werden muss, wird der Herr durch demütige Menschen wirken und die Gedanken derjenigen leiten, die sich seinem Dienst weihen. Die Mitarbeiter werden vielmehr durch die Salbung des Heiligen Geistes befähigt als durch Lehrinstitute. Menschen des Glaubens und des Gebets werden gedrängt, mit heiligem Eifer hinauszugehen und die Worte zu Die Sünden Babylons werden offengelegt. Die schlimmen Folgen der durch den Staat erzwungenen Beachtung kirchlicher Bestimmungen, das Vordringen des Spiritismus, die schleichende Zunahme der päpstlichen Macht, das alles wird entlarvt werden. Diese ernsten Warnungen werden das Volk aufrütteln, aber Tausende werden Worte hören, die noch nie an ihr Ohr gedrungen sind. Mit Verwunderung werden sie vernehmen, dass Babylon die Kirche ist, die wegen ihrer Irrtümer und Sünden gefallen ist, weil sie die Wahrheit ablehnte, die ihr vom Himmel gesandt wurde. Wenn sich das Volk dann an seine früheren Lehrer wendet und diese eindringlich fragt, ob die Dinge sich wirklich so zugetragen hätten, werden die Prediger ihnen Fabeln erzählen und beruhigende Dinge vorhersagen, um ihre Befürchtungen zu besänftigen und ihr erwachtes Gewissen zu beruhigen. Da sich aber viele nicht durch bloße menschliche Aussagen abspeisen lassen und ein klares so spricht der Herr verlangen, werden die volkstümlichen Prediger wie einst die Pharisäer in Zorn geraten, weil ihre Autorität infrage gestellt wird. Sie werden die Botschaft als satanisch verleumden und Massen, die der Sünde verfallen sind, aufwiegeln, um die zu verfolgen, die die Botschaft verkündigen. Sobald sich der Kampf auf neue Gebiete ausdehnt und sich das Volk auf Gottes unterdrücktes Gesetz besinnt, gerät Satan in Aufruhr. Die Kraft, die von der Heilsbotschaft ausgeht, irritiert nur die, die ihr widerstehen. Die Geistlichen werden fast übermenschliche Anstrengungen unternehmen, um das Licht zurückzuhalten, damit es nicht auf ihre Herden scheint. Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln werden sie versuchen, eine Diskussion über solch lebenswichtige Fragen zu unterdrücken. Die Kirche wendet sich an den starken Arm der Staatsgewalt und Papsttreue und Protestanten werden dies gemeinsam tun. Wenn die Bewegung zur Durchsetzung der Sonntagsfeier mutiger und entschlossener auftritt, wird man gegen diejenigen, die Gottes Gebote halten, diskriminierende Gesetze erlassen. Man wird sie mit Geldstrafen und Gefängnis bedrohen oder es werden ihnen als Anreiz zur Aufgabe ihres Glaubens einflussreiche Stellungen oder andere Belohnungen und Vorteile angeboten. Doch ihre standhafte Antwort wird sein, beweist uns unseren Irrtum aus dem Wort Gottes, genauso wie sich Luther unter ähnlichen Umständen verteidigte. Diejenigen, die man vor ein Gericht führt, werden die Wahrheit kraftvoll verteidigen, so dass etliche, die ihnen zuhören, sich entschließen werden, alle Gebote Gottes zu halten. Auf diese Weise wird Licht zu Tausenden gebracht, die sonst nichts über diese Wahrheiten erfahren hätten. Mitläufer und Standhafte Gewissenhafter Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes wird als Rebellion behandelt werden. Satan wird Eltern so verblenden, dass sie ihre gläubigen Kinder hart bestrafen. Vorgesetzte werden den Mitarbeiter unterdrücken, der Gottes Gebote hält. Die Liebe wird erkalten, Kinder werden enterbt und aus dem Haus getrieben. Die Worte des Paulus werden sich buchstäblich erfüllen, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. Weil sich die Verteidiger der Wahrheit weigern, den Sonntag zu heiligen, werden einige von ihnen ins Gefängnis geworfen, andere verbannt, wieder andere wie Rechtlose behandelt werden. Dem heutigen Menschenverstand erscheint eine solche Situation unmöglich, doch wenn der zügelnde Geist Gottes den Menschen entzogen wird und sie zu Marionetten Satans werden, der die göttlichen Verordnungen hasst, wird es seltsame Entwicklungen geben. Der Mensch kann sehr grausam sein, wenn Gottes Furcht und Liebe verschwunden sind. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zum Glauben an die dritte Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich auf die Seite der Gegner schlagen. Sie werden sich der Welt und ihrem Geist anschließen und die Angelegenheit in nahezu demselben Licht sehen. Wenn Prüfungen kommen, wählen sie den leichten, populären Weg. Talentierte Menschen mit vorbildlichen Manieren, die sich einst an der Wahrheit erfreuten, werden ihre Talente einsetzen, um ihre Zeitgenossen zu täuschen und zu verführen. Sie werden die erbittertsten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Wenn die Sabbathalter vor Gericht ihren Glauben verteidigen müssen, werden diese Abgefallenen die wirksamsten Helfer Satans sein, um sie zu verleumden und anzuschuldigen und um die Machthaber durch Falschaussagen und Unterstellungen gegen sie aufzuhetzen. Während dieser Verfolgungszeit wird der Glaube der Nachfolger Gottes geprüft werden. Sie haben die Warnung treu verkündigt und dabei nur auf Gott und sein Wort geschaut. Ihr Herz war vom Geist Gottes ergriffen und sie mussten reden. Die Treuen wurden von einem heiligen Eifer angespornt und vom Geist Gottes mit Macht getrieben. Sie erfüllten ihre Aufgabe, ohne über die Folgen nachzudenken, die eine Verkündigung dieses gottgegebenen Wortes an das Volk nach sich ziehen könnte. Sie haben weder über ihr irdisches Wohlergehen nachgedacht, noch über ihren Ruf oder ihr Leben. Wenn aber der Sturm des Widerstands und der Vorwürfe über sie hereinbricht, werden einige bestürzt ausrufen, hätten wir die Folgen unserer Worte vorhergesehen, hätten wir geschwiegen. Sie sind in Schwierigkeiten gefangen. Satan bestürmt sie mit grimmigen Versuchungen. Die Aufgabe, die sie sich aufgebürdet haben, scheint ihre Kräfte weit zu übersteigen und sie werden mit dem Tod bedroht. Ihre ursprüngliche Begeisterung ist verflogen und doch können sie nicht mehr zurück. Dann werden sie sich ihrer Hilflosigkeit bewusst und flehen zum Allmächtigen um Stärke. Sie erinnern sich daran, dass die Worte, die sie gesprochen haben, nicht ihre eigenen waren, sondern die Worte dessen, der sie mit dieser Warnung beauftragt hatte. Gott legte ihnen die Wahrheit in ihre Herzen und sie konnten es nicht unterlassen, sie zu verkündigen. Die gleichen Prüfungen mussten Gottesmänner in vergangenen Zeiten erleben. Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Baxter oder Wesley verlangten, dass ihre Lehre durch die Bibel geprüft werde und erklärten sich bereit, alles zu widerrufen, was diese verurteilt. Diese Männer wurden unerbittlich verfolgt, dennoch hörten sie nicht auf, die Wahrheit zu verkündigen. Die verschiedenen Perioden der Kirchengeschichte zeichnen sich durch die Herausbildung bestimmter Wahrheiten aus. Diese waren auf die Bedürfnisse des Volkes Gottes zu jener Zeit zugeschnitten. Jede neue Wahrheit musste sich ihren Weg durch Hass und Widerstand hindurch bahnen. Jeder, der durch ihr Licht Segen empfing, wurde versucht und geprüft. In solchen Notlagen vermittelt der Herr Menschen besondere Wahrheiten. Wer könnte es dann wagen, sie nicht bekannt zu machen? Er beauftragt seine Diener, der Welt die letzte Einladung der Gnade zu überbringen. Sie können nicht schweigen, ohne ihr eigenes Leben in Gefahr zu bringen. Sie müssen ihren Auftrag ausführen und den Ausgang Gott überlassen. Gerechte im Meer der Ungerechtigkeit Wenn der Widerstand an Heftigkeit zunimmt, werden die Beauftragten Gottes wieder verwirrt sein, denn es wird ihnen vorkommen, als hätten sie selbst die Krise verursacht. Ihr Gewissen und das Wort Gottes versichern ihnen aber, dass sie richtig gehandelt haben. Mit der Fortdauer der Prüfungen erhalten sie die Widerstandskraft, sie zu ertragen. Je heftiger und entschlossener gegen sie gekämpft wird, Notlage zu. Ihr Zeugnis lautet, wir dürfen Gottes Wort nicht verfälschen, indem wir sein heiliges Gesetz in Wesentliches und Unwesentliches aufteilen, nur um die Gunst der Welt zu erlangen. Der Herr, dem wir dienen, kann uns befreien. Christus hat die Mächte dieser Welt besiegt. Sollten wir uns vor einer besiegten Welt fürchten? Verfolgungen in verschiedenster Form wird es so lange geben, wie Satan existiert und das Christentum seine Lebenskraft behält. Niemand kann Gott dienen, ohne den Widerstand der Scharen der Finsternis auf sich zu ziehen. Böse Engel überfallen die Gläubigen, weil sie fürchten, dass ihnen ihre Beute durch deren Einfluss entrissen werden könnte. Böse Menschen, die sich durch das Beispiel Gläubiger getadelt fühlen, werden sich mit den gefallenen Engeln vereinen und versuchen, diese durch Verführungen Bleiben sie erfolglos, wird Gewalt angewendet, um ihr Gewissen zu brechen. Doch solange Christus der Fürsprecher des Menschen im himmlischen Heiligtum bleibt, spüren Herrscher und Volk die Schranken, die ihnen der Heilige Geist auferlegt. Bis zu einem gewissen Grad beherrscht dieser immer noch die irdische Gesetzgebung. Ohne diese Gesetze wäre der Zustand der Welt viel schlimmer, als er jetzt ist. Viele Machthaber dieser Welt sind aktive Helfer Satans, aber auch Gott hat seine Mitarbeiter unter den führenden Männern auf Erden. Der Feind bedrängt seine Helfershelfer, Maßnahmen zu entwickeln, die das Werk Gottes weitgehend behindern sollen. Aber gottesfürchtige Staatsmänner werden von heiligen Engeln beeinflusst, solchen Vorhaben mit unwiderlegbaren Argumenten zu begegnen. Wenige Männer werden also den mächtigen Strom der Bosheit eindämmen. Der Widerstand der Feinde der Wahrheit wird während der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft in Schach gehalten. Wenn die letzte Warnung verkündigt wird, werden diese führenden Leute, durch die der Herr jetzt wirkt, aufmerksam und manche werden sie annehmen und sich in der Zeit der Trübsal zum Volk Gottes bekennen. Der Engel, der sich der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft anschließt, soll die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchten. Hier wird ein Werk von weltumspannender Ausdehnung und ungewöhnlicher Kraft vorhergesagt. Die Adventbewegung von 1840 bis 1844 war eine herrliche Offenbarung der Macht Gottes. Die erste Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation der Welt getragen und in einigen Ländern entstand die größte religiöse Bewegung, die seit der Reformation des 16. Jahrhunderts je in irgendeinem Land beobachtet wurde. Aber diese wird von der mächtigen Bewegung während der letzten Warnung durch den dritten Engel bei weitem übertroffen werden. Das Geschehen wird dem zu Pfingsten ähnlich sein. Wie der Frühregen in der Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit gegeben wurde, um das Aufsprießen des kostbaren Samens zu bewirken, so wird der Spätregen am Ende der Tage ausgegossen werden, damit die Ernte reift. Dann werden wir darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen, denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet, sagt der Prophet Hosea. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen, sagt Joel. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. So steht es in Apostelgeschichte 2. Die Macht der letzten Offenbarung Das große Werk der Evangeliums Verkündigung wird mit keiner geringeren Entfaltung der Macht Gottes abschließen als bei seinem Beginn. Die Prophezeiungen, die sich zu Anfang bei der Ausgießung des Frühregens erfüllten, werden sich genauso bei der Ausgießung des Spätregens am Ende erfüllen. Dies ist die Zeit, welcher der Apostel Petrus entgegensah, als er sagte, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Diener Gottes, deren Gesichter von heiliger Hingabe strahlen, werden von Ort zu Ort eilen, um die himmlische Botschaft zu verkündigen. Tausende von Stimmen werden die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Wunder werden geschehen, Kranke geheilt, Zeichen und Wunder folgen dem Gläubigen. Auch Satan wird Lügen Wunder hervorbringen und sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lassen vor den Menschen. Dadurch werden die Bewohner der Erde dazu veranlasst, sich endgültig zu entscheiden. Die Botschaft wird Menschen nicht so sehr durch Argumente, sondern durch die tiefe Überzeugungskraft des Geistes Gottes ergreifen. Die Argumente wurden vorgebracht, der Same ist gestreut, nun wird er aufgehen und Frucht bringen. Die Schriften, die von den Mitarbeitern verteilt wurden, haben ihre Wirkung erzielt. Doch viele, die überzeugt waren, wurden davon abgehalten, zum vollen Verständnis der Wahrheit zu gelangen oder gehorsam zu werden. Nun dringen die Lichtstrahlen überall hinein. Die Wahrheit wird in ihrer Klarheit erkannt und die aufrichtigen Kinder Gottes überwinden die Schranken, die sie zurückgehalten haben. Familienbande oder kirchliche Bindungen können sie nicht mehr aufhalten. Die Wahrheit ist kostbarer als alles andere. Ungeachtet der Kräfte, die sich gegen die Wahrheit verbündet haben, stellt sich eine große Anzahl von Menschen auf die Seite des Herrn. Deine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Spiritismus aber, der hunderttausende, ja Millionen von Anhängern zählt, hat sich seinen Weg in wissenschaftliche Kreise gebahnt, ist in Kirchen eingedrungen und wurde in gesetzgebenden Körperschaften, ja sogar an königlichen Höfen, günstig aufgenommen. Diese gigantische Täuschung ist nichts anderes als eine Wiederbelebung der vor Alters verdammten und verbotenen Zauberei, aber in neuem Gewand. Selbst wenn es keine Beweise über den wirklichen Charakter des Spiritismus gäbe, sollte es dem Christen genügen, zu wissen, dass die Geister keinen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Sünde, den reinsten und edelsten Aposteln Christi und den verkommensten Sklaven Satans machen. Indem Satan den niederträchtigsten Menschen so darstellt, als ob er in den Himmel versetzt worden wäre und dort in gehobener Stellung leben dürfe, erklärt er den Menschen, gleichgültig wie gottlos ihr seid, unwichtig, ob ihr an Gott oder an die Bibel glaubt oder nicht, lebt wie ihr wollt, der Himmel wird eure Heimat sein. Die spiritistischen Lehrer behaupten in der Tat, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn, und an solchen hat er Freude, oder wo ist der Gott, der da straft? Gottes Wort aber sagt, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Diese Lügengeister geben sich als Apostel aus und widersprechen dem, was diese zu ihren Lebzeiten unter Eingebung des Heiligen Geistes niedergeschrieben haben. Diese Geister leugnen den göttlichen Ursprung der Bibel, entziehen dadurch der Hoffnung der Christen die Grundlage und löschen das Licht aus, das den Weg zum Himmel offenbart. Satan stellt der Welt die Bibel als eine reine Erfindung dar, die wohl für die Menschen der Frühzeit passend gewesen, jetzt aber veraltet sei und beiseite gelegt werden könne. Spiritistische Manifestationen hätten nun die Stelle des Wortes Gottes eingenommen. Hiermit besitzt Satan ein Kommunikationsmittel, das völlig unter seiner Kontrolle steht und durch das er die Welt glauben machen kann, was er will. Das Buch, das ihn und seine Nachfolger einmal richten wird, rückt er in den Hintergrund. Dort will er es haben. Den Retter der Welt macht er zu einem gewöhnlichen Menschen. Wie die römischen Soldaten, die Jesu Grab bewachten und dann Lügenberichte verbreiteten, die ihnen Priester und Älteste in den Mund gelegt hatten, um die Auferstehung zu leugnen, so versuchen Anhänger spiritistischer Manifestationen, den Anschein zu erwecken, dass es nichts Übernatürliches im Leben unseres Erlösers gegeben hätte. Erst versuchen sie, Jesus in den Hintergrund zu verdrängen, dann lenken sie die Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Wunder und erklären, dass diese die Werke Christi bei weitem übertreffen. Raffinierte Täuschungen Es ist wahr, dass der Spiritismus jetzt seine Form ändert und sich unter Verhüllung seiner eher verwerflichen Züge ein christliches Mäntelchen umgehängt hat. Doch seine Äußerungen sind dem Volk aus öffentlichen Reden und durch Publikationen in den Medien seit Jahren bekannt und darin offenbart sich sein wirklicher Charakter. Diese Lehren können weder geleugnet noch verborgen werden. In seiner gegenwärtigen Form ist der Spiritismus noch gefährlicher, weil er raffinierter zu täuschen versucht und wie früher gebührt ihm kein Recht auf Toleranz. Während er früher Christus und die Bibel verwarf, gibt er nun vor, beide anzunehmen. Doch die Bibel wird in einer Weise ausgelegt, wie es dem unbekehrten Herzen gefällt, während ihre ernsten und wichtigen Wahrheiten unwirksam gemacht werden. Man erörtert den Begriff Liebe als eine Haupteigenschaft Gottes, degradiert sie aber zu einem schwachen Sentimentalismus, wobei man wenig Unterschied zwischen Gut und Böse macht. Gottes Gerechtigkeit, seine Verurteilung der Sünde, die Forderungen seines heiligen Gesetzes, all dies wird nicht beachtet. Dem Volk wird gesagt, dass es die zehn Gebote als tote Buchstaben oft als bare Münze ausgegeben werden, so gab es auch erstaunliche Beweise übernatürlicher Kräfte. Das geheimnisvolle Klopfen, durch das der moderne Spiritismus begann, war nicht das Ergebnis menschlicher Tricks oder einer List, sondern das unmittelbare Werk böser Engel, die so eine der erfolgreichsten zerstörerischen Täuschungen einführten. Viele lassen sich von der Vorstellung umgarnen, Spiritismus sei lediglich menschlicher Schwindel. Wenn sie aber Erscheinungen hautnah miterleben, die sich nur auf übernatürliche Weise erklären lassen, werden sie verführt und sehen in ihnen die große Macht Gottes. Solche Leute übersehen das Zeugnis der Heiligen Schrift über die Wunder Satans und seiner Engel. Durch die Hilfe Satans waren die Zauberer Pharaos in der Lage, Gottes Taten nachzuahmen. Nach Aussagen von Paulus wird es vor der Wiederkunft Christi ähnliche Manifestationen satanischer Macht geben. Vor dem Kommen des Herrn wird das Böse in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Der Apostel Johannes beschreibt die Macht, die in den letzten Tagen Wundertaten bewirkt, mit folgenden Worten. Es tat große und aufsehenerregende Dinge und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Mit Hilfe solcher außergewöhnlicher Taten, zu denen es vom ersten Tier ermächtigt war und die es in seiner Gegenwart vollbrachte, gelang es ihm, die Bewohner der Erde irrezuführen. Hier werden nicht nur Betrügereien vorhergesagt. Die Menschen werden durch Wunder verführt, die Satan und seine Helfer tatsächlich vollbringen und nicht nur vortäuschen. Der Zauber der Selbstherrlichkeit Der Fürst der Finsternis, der die Kräfte seines überlegenen Geistes schon so lange zur Verführung von Menschen eingesetzt hat, passt sich mit seinen Verführungskünsten geschickt Leuten sämtlicher sozialer Schichten an. Den Gebildeten bringt er den Spiritismus in verfeinerter, intellektueller Form nahe und lockt auf diese Weise viele erfolgreich in seine Falle. Die Weisheit, die der Spiritismus verleiht, ist, wie der Apostel Jakobus sagt, nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eigennützige, teuflische Weisheit. Dies verbirgt der große Betrüger jedoch, wenn Verheimlichung seinem Zweck am besten dient. Er, der in der Wüste der Versuchung im Licht eines himmlischen Seraphs vor Christus erscheinen konnte, wird auch vor den Menschen in sehr ansprechender Weise als Engel des Lichts auftreten. Er wendet sich mit anspruchsvollen Themen an den Verstand, regt die Fantasie mit hinreißenden Darstellungen an und erwirbt sich Zuneigung durch Schilderungen von Liebe und Güte. Er beeinflusst die Einbildungskraft zu erhabenen Gedankenflügen und macht Menschen stolz auf ihre eigene Weisheit, sodass sie in ihren Herzen den Ewigen verachten. Dieses mächtige Wesen, das den Erlöser der Welt auf einen extrem hohen Berg führen und ihm alle Königreiche der Erde und deren Herrlichkeit zeigen konnte, wird seine Versuchungen den Menschen in solch einer Weise präsentieren, dass die Sinne aller verwirrt werden, die nicht unter dem Schutz der göttlichen Macht stehen. Satan verführt Menschen heute in gleicher Weise, wie er einst Eva in Eden durch Schmeichelei täuschte, indem er das Verlangen nach verbotenen Erkenntnissen weckte und das Streben nach Selbstverwirklichung förderte. Weil er sich selbst diesen Begierden hingab, kam er zu Fall, und jetzt versucht er, die Menschen ebenso zu ruinieren. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, hatte er versprochen. Der Spiritismus lehrt, der Mensch ist ein geschöpftes Fortschritts. Es ist seine Bestimmung, sich von seiner Geburt an bis in die Ewigkeit zur Gottheit hin zu entwickeln. Ferner, jeder Geist wird sich selbst richten und nicht ein anderer. Das Gericht wird ein gerechtes Sein, denn es ist ein Selbstgericht. Der Thron ist in dir selbst. Ein spiritistischer Lehrer sagte, als das geistige Bewusstsein in ihm erwachte, alle meine Mitmenschen waren Ungefallene. Der Dienst heiliger Engel, wie ihn das Wort Gottes beschreibt, ist für jeden Nachfolger Christi eine besonders tröstliche und wertvolle Wirklichkeit. Doch die biblische Lehre zu diesem Thema wird durch die Irrtümer der volkstümlichen Theologie verdunkelt und verfälscht. Die Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit, zunächst von der heidnischen Philosophie übernommen und in der finsteren Zeit des großen Abfalls in die christliche Religion eingeführt, hat die große biblische Wahrheit, die Toten wissen nichts, verdrängt. Viele Menschen glauben heute, dass dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen, Geister der Toten sind. Ungeachtet dessen bezeugt die Heilige Schrift die Existenz himmlischer Engel und deren Verbindung zum Menschen, noch ehe der erste Mensch gestorben war. Gibt es Besuche von Verstorbenen? Die Lehre vom Bewusstsein im Tod, insbesondere der Glaube, dass Geister der Toten zurückkehren, um Lebenden zu dienen, hat dem modernen Spiritismus den Weg bereitet. Wenn die Toten Zugang zu Gott und den heiligen Engeln hätten und das Privileg einer viel größeren Kenntnis als zu ihren Lebzeiten besäßen, warum sollten sie nicht zur Erde zurückkehren und die Lebenden erleuchten und unterweisen? Wenn die Geister der Toten, wie von volkstümlichen Theologen gelehrt, um ihre Freunde auf Erden schweben, warum sollte ihnen nicht erlaubt werden, sich mit ihnen direkt zu unterhalten, um sie vor Bösem zu warnen oder im Kummer zu trösten? Wie können jene, die an ein Bewusstsein im Tod glauben, ablehnen, was verherrlichte Geister ihnen als göttliches Licht vermitteln? Hier werden Kanäle als heilig angesehen, die Satan verwendet, um seine Zwecke zu erreichen. Gefallene Engel, die seine Befehle ausführen, erscheinen als Boten aus der Geisterwelt. Während sie vorgeben, Lebende und Tote miteinander in Kontakt zu bringen, übt der Fürst des Bösen seinen beschwörenden Einfluss auf sie aus. Satan hat die Macht, verstorbene Freunde vor den Menschen erscheinen zu lassen. Die Fälschung ist perfekt. Das bekannte Aussehen, die Worte und die Stimme werden mit bewundernswerter Klarheit wiedergegeben. Viele werden durch die Zusicherung getröstet, dass ihre Lieben die Freuden des Himmels genießen, und ohne sich einer Gefahr bewusst zu sein, schenken sie verführerischen Geistern und teuflischen Lehren Gehör. Sobald Satan ihnen vermittelt hat, dass die Toten tatsächlich zurückkommen, um mit ihnen Verbindung aufzunehmen, lässt er die erscheinen, die unvorbereitet gestorben sind. Diese geben vor, glücklich im Himmel zu leben und dort sogar gehobene Stellungen einzunehmen. So wird der Irrglaube verbreitet, dass zwischen Gerechten und Gottlosen kein Unterschied besteht. Die vorgeblichen Besucher aus der Geisterwelt mahnen oft zu Vorsicht oder sprechen Warnungen aus, die sich als sachlich richtig herausstellen. Wenn dann eine Vertrauensbasis geschaffen worden ist, präsentieren sie Lehren, die den Glauben an die Heilige Schrift untergraben. Unter Vorspiegelung größter Anteilnahme an der Wohlfahrt ihrer Freunde auf Erden flößen sie die gefährlichsten Irrtümer ein. Weil sie manchmal einige Tatsachen aussprechen und zuweilen zukünftiges Vorhersagen, erhalten ihre Aussagen den Anschein von Zuverlässigkeit. Die Massen nehmen ihre Lehren bereitwillig an und glauben ihnen bedingungslos, als gehörten sie zu den heiligsten Wahrheiten der Bibel. Das Gesetz Gottes wird beiseite geschoben, der Geist der Gnade verachtet und das Blut des Bundes als eine barbarische Sache hingestellt. Die Geister lehnen die Gottheit von Christus ab und stellen den Schöpfer auf ihre eigene Stufe. So führt der große Aufrührer gegen Gott unter einer neuen Maske seinen Kampf fort, der im Himmel begann und den er auf Erden 6000 Jahre lang weiterführte. Viele stellen spiritistische Bekundungen als Betrug oder als Kunstgriffe von Menschen hin, die sich als Medium gebrauchen lassen. Wenn es auch zutrifft, dass Betrügereien ohne Halbgötter ein anderer behauptet, jedes gerechte und vollkommene Wesen ist Christus. An die Stelle der Gerechtigkeit und Vollkommenheit eines ewigen Gottes, des wahren Gegenstandes der Anbetung und an die Stelle der vollkommenen Gerechtigkeit seines Gesetzes, des wahrhaften Maßstabs menschlicher Taten, hat Satan die sündhafte und irrende Natur des Menschen als einziges Objekt der Verehrung, als einziges Richtmaß für Gerechtigkeit und als Norm für den Charakter gesetzt. Dies ist Fortschritt, allerdings nicht aufwärts, sondern abwärts. Es ist eine geistige und geistliche Gesetzmäßigkeit, dass wir uns durch Betrachten einer Sache verändern. Das Denken passt sich allmählich den Dingen an, mit denen es sich befasst. Es nimmt das in sich auf, was zu lieben und zu verehren ihm zur Gewohnheit geworden ist. Der Mensch wird nie über das hinauswachsen, was er sich als Maßstab für Reinheit, Güte oder Wahrheit gesetzt hat. Wenn sein Ich zum höchsten Ideal wird, erreicht er nie erhabenere Werte. Er wird vielmehr immer tiefer sinken. Nur die Macht der Gnade Gottes kann den Menschen veredeln. Bleibt er sich selbst überlassen, führt ihn sein Weg unabwendbar nach unten. Dem zügellosen, vergnügungssüchtigen und sinnlichen Menschen zeigt sich der Spiritismus unter einer weniger raffinierten Maske als dem Gebildeten und Intellektuellen. In seinen gröberen Formen finden diese Menschen eine Übereinstimmung mit ihren Neigungen. Satan studiert jede Schwachheit der menschlichen Natur. Er merkt sich die Sünden, die jeder zu begehen geneigt ist, und sorgt dann dafür, dass es nicht an Gelegenheiten mangelt, das Verlangen zum Bösen zu stillen. Er verführt die Menschen zu Ausschweifungen in Dingen, die an sich rechtmäßig sind und veranlasst sie durch Unmäßigkeit, ihre körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte zu schwächen. Durch das freie Ausleben von Leidenschaften hat er Tausende verdorben und er tut es immer noch, um dadurch die Natur des Menschen zu verruhen. Um sein Werk zu vervollständigen, lässt Satan seine Geister verkünden, dass wahre Erkenntnis den Menschen über das Gesetz erhaben macht, dass alles, was ist, auch richtig ist, dass Gott nicht verdammt und dass alle Sünden, die begangen wurden, harmlos sind. Auf diese Weise werden Menschen zur Überzeugung geführt, die Lust sei das höchste Gesetz, Freiheit sei ein Freibrief und der Mensch sei nur sich selbst verantwortlich. Wen wundert es da, wenn sich Unredlichkeit und Verdorbenheit überall ausbreiten? Unzählige nehmen solche Lehren an, die ihnen die Freiheit gewähren, den Einflüsterungen des fleischlichen Herzens zu gehorchen. Die Zügel der Selbstbeherrschung werden der Lust überlassen, die Kräfte des Geistes und des Charakters werden tierischen Neigungen unterworfen. So treibt Satan frohlockend Tausende in sein Netz, die sich als Nachfolger Christi bezeichnen. Durch die Schrift entzaubert Niemand braucht jedoch von den lügenhaften Behauptungen des Spiritismus getäuscht zu werden. Gott hat der Welt genügend Licht gegeben, um sie in die Lage zu versetzen, die Fallstricke zu erkennen. Wie schon gezeigt, steht das eigentliche Fundament spiritistischer Lehren in schroffem Widerspruch zu den Aussagen der Heiligen Schrift. Die biblische Lehre erklärt, die Toten wissen nichts, ihre Gedanken sind dahin, sie nehmen nichts wahr, was unter der Sonne geschieht, sie wissen nichts über die Freuden und Schmerzen derer, die ihnen auf Erden lieb und teuer waren. Vergleiche Prediger 9, die Verse 5 und 6. Ferner hat Gott ausdrücklich jeden Kontakt mit angeblichen Geistern von Toten untersagt. Zu der Zeit des Volkes Israel gab es eine Gruppe von Leuten, die, wie die modernen Spiritisten behaupteten, mit Toten in Kontakt zu stehen. Aber die Wahrsagegeister, wie diese Besucher aus anderen Welten genannt wurden, bezeichnet die Bibel als Geister der Teufel. Mit Wahrsagegeistern zu verkehren, ist in den Augen des Herrn ein Gräuel und war unter Androhung von Todesstrafe strengstens verboten. Angenehme und zauberhafte Fabeln nehmen die Sinne gefangen und veranlassen die Menschen, die Heilige Schrift als Grundlage ihres Glaubens zu verwerfen. Christus wird verleugnet wie eh und je, doch Satan hat die Augen der Menschen so verblendet, dass die Täuschung nicht wahrgenommen wird. Nur wenige haben eine richtige Vorstellung von der täuschenden Macht des Spiritismus und der Gefahr, seinem Einfluss zu erliegen. Viele beschäftigen sich damit nur um ihre Neugierde zu befriedigen und sie glauben nicht wirklich daran. Der Gedanke, dadurch von Geistern kontrolliert zu werden, würde sie zutiefst erschrecken. Doch sie wagen sich auf verbotenes Gebiet und damit übt der gewaltige Verderber Macht über sie aus, ohne dass sie es wollen. Wenn sie einmal dazu verleitet worden sind, ihren Geist seiner Leitung zu übergeben, wird er sie gefangen halten. Es wird ihnen nicht mehr möglich sein, sich aus eigener Kraft von diesem bezaubernden und verlockenden Bann zu lösen. Allein die Kraft Gottes, die er als Antwort auf ein ernstes und vertrauensvolles Gebet gewährt, kann diese gefangenen Menschen wieder freimachen. Wer sündhaften Neigungen des Charakters nachgibt oder bewusst in einer erkannten Sünde lebt, fordert dadurch die Versuchungen Satans heraus. Er trennt sich selbst von Gott und der Fürsorge der heiligen Engel. Wenn der Böse seine Verführungen vorbringt, ist er ohne Schutz und diesem eine leichte Beute. Wer sich in den Machtbereich Satans begibt, ahnt selten, wie dies enden wird. Nachdem ihn der Verführer zu Fall gebracht hat, benutzt er ihn, um andere ins Verderben zu stürzen. Der Prophet Jesaja sagt, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Wären die Menschen bereit gewesen, die Wahrheiten über ihre Natur und den Zustand der Toten anzunehmen, wie sie in der Heiligen Schrift eindeutig dargelegt werden, hätten sie die Ansprüche des Spiritismus mit seinen betrügerischen Wundern als Werk Satans erkannt. Aber anstatt die dem fleischlichen Herzen so angenehme Ungebundenheit aufzugeben und sich von den Sünden, die ihnen lieb geworden sind, abzukehren, verschließen unzählige Menschen ihre Augen vor dem Licht. Sie marschieren, ungeachtet aller Warnungen, einfach weiter, während Satan seine Schlingen um sie legt. So werden sie zu seiner Beute. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht in sich aufgenommen haben und sich nicht retten ließen, schickt ihnen Gott eine Kraft, die in die Irre führt, dass sie der Lüge glauben. Wer sich den Lehren des Spiritismus widersetzt, greift nicht nur Menschen, sondern auch Satan und seine Engel an. Er hat sich auf einen Kampf gegen Fürsten und Gewaltige sowie gegen die bösen Geister unter dem Himmel eingelassen. Satan rückt um keine Haaresbreite von seinem Einflussbereich ab, außer er wird durch die Macht himmlischer Boten vertrieben. Gottes Volk sollte in der Lage sein, ihm mit den gleichen Worten entgegenzutreten, wie es Christus tat. Es steht geschrieben. Satan kann heute die Schrift zitieren, wie er dies in den Tagen Christi tat und Lehren so verdrehen, dass sie seine Täuschungen unterstützen. Wer in diesen Zeiten der Gefahr bestehen will, muss selbst die Schrift verstehen. Höhepunkt des Betrugs in der Endzeit Viele werden mit Geistern der Teufel konfrontiert, die ihnen in der Gestalt lieber Verwandter oder Freunde erscheinen und äußerst gefährliche Irrlehren verkünden. Solche Besucher sprechen eine ganz persönliche Ebene an und vollbringen Wunder, um ihren Behauptungen Nachdruck zu verleihen. Wir müssen vorbereitet sein, ihnen mit der biblischen Wahrheit gegenüber zu treten, dass die Toten nichts wissen und solche Erscheinungen Geister der Teufel sind. Die Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen,